hallo leute willkommen zurück in metroid prime yo warte geht ab mann mein picture ist voll rot und da gehen auch schon die ersten scan dort nein die party geht hier direkt am anfang schaub fremde technologie intakter transporter entdeckt ok der ist so ziemlich da wie man schon mag in der mitte von da wo man schon überall war das heißt es dürfte nicht allzu ein langer weg sein so ich muss mich doch mal wieder dran gewöhnen das ist immerhin schon wieder eine woche her und er wie ich sehe sind wir hier in den höhlen vom markt nur da man aufgehört so genau neue viecher die haben immer schon rückbrunner ja so ein neuer eintrag diesen magmatik putzer abputzer des magmatik bla bla wie kann man nicht noch mal kaputt machen na gar nicht dabei ich verstehe aber sieht aber schon viel man vielleicht mit müssen ja tatsächlich okay aber ob man jetzt verschwenden wollen ich weiß nicht ich versuche einfach mal so rüber zu kommen und das ist man ganz gut gelungen jetzt was ist das das gehen wir mal das isen der bühne schabe ok da wird sicher die schaben ja da kommen wir haben zogen erwischt aus irgendeinem grund so die hülle vom markt nur ja du wusstest jetzt schon ja so schnell kann es gehen wir sind jetzt hier im siebten part aus ansonsten kenne ich mich immer aus was hier für ein part ist aha oh 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 fuck dat ist ein großes ding das magma echte dinge magma das wusste ich gar nicht so na dann Wir sind hier in sicheren Entfernung, sie können uns nichts anhaben. So, und sein Kopf ist weggeplatzt. Da noch neue Dinger hier. Dutty ist ein Puffer. Die puffen auf, wenn man auf die drauf schießt. So, na gut, welchen Weg gehen wir als erstes? Achso, es gibt aber einen neuen Weg, ich hätte meinen bilden können. Egal, gehen wir normal. Gehen wir erst einmal normal, übertreiben braucht man es auch nicht. Die Plattformen gehen runter, wenn wir auf die drauf steigen. Also da müssen wir ein bisschen schneller sein. Aha, da sind die. So. Na komm. So, weg ist er. Okay, da haben wir ein paar Kisten. Da werden unsere Missiles wieder voll auftankt und so weiter. Das ist was. Wie nochmal? Mit... Ein bisschen? Na. Doch mit dem. Verdammt, ich schieß immer zuerst ein bisschen drauf und dann erkenne ich, dass das so oft geht. So, die Musik kennt man noch aus dem früheren Teil. Ich weiß nicht. Ja. Genau. Na. Versteckt sich denn da? So, ja. Was bedeutet da? Stimmel los hier. So. Wir sind auch schon. Wir haben schon ziemlich viel zurückgelegt. Klara, trotz nicht immer, bis wir dort sind. So. ok neue viecher schon wieder da zieht nämlich vulkanischer ja da müssen wir auf jeden fall mal durch die dinger sollten uns hier lieber nicht erwischen sonst kommen wir wieder am anfang zurück ja schaut die netten dinge begleiten uns zum ausgang danke für gar nix so jetzt dass mich erst ok der ich sehe schon wieder das dort ist eine weile bis ich dadurch kommt okay ich sollte erst mal abfahren lassen so hallo ja was hallo ja ich hoffe du bist zufrieden und schaub ich seh zwar hallo ma ja die tisch wieder zu ja ok ja wir müssen glaube ich zwei räume weiter weg dass der raum da irgendwie so hier das hermann die drin gewesen ich glaube das waren zwei räume na toll gott sei dank ist der raum so unendlich groß dass man da hier um die halbe welt wieder hüpfen können dürfen können bla bla ist ja alles dasselbe so ja schau zwei räume da ist das ding schon wieder gewesen und jetzt können wir wieder zurück mal warum müssen die bugs sind bei mir passieren so wahnsinn erst so ok jetzt aber so ich fahre da so drüber und wie so und dadurch und weiter geht es hier so ok so aber jetzt eigentlich nein nein oh gott packte jetzt nicht dadurch hat da bin ich so schlecht oder wart erst einmal kannst du mal weg gehen weg ja das werde ich bestimmt irgendwann zu kommen wenn du da so hinter dem kreis rumfahrt so tschüss ja so ich erkenne gar nichts mehr so hier ist einer, da ist einer, da ist einer, da ist einer so das hier ist ok wo geht es hier lang überhaupt rechts oder links naja da ist die tür ja links das heißt ich schätze mal wir gehen jetzt links so in die richtung hier ganz normal ja so gut ok ok und zack so gehen wir durch oh yeah so ein riesiger raum wir sollten rechts gehen ah die dinger die haben wir am anfang nicht gemacht scant so weit ich mir erinnern kann nämlich so eine abwehranlage wird es gedacht und durch den missile schuss sind die auch weg hey so so da hinten ist noch eine zwei missile schüsse ähm ja ok nach rechts geht es ja erstmal eh nicht das heißt wir müssen erstmal in die richtung ups so das ist eine da ist der zweite au o aa so ok was ist denn hier überhaupt sicher eine speicherstation nä da geht es so wie der durchgang da ausschaut zu einem anderen ding 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 wie ist das transport aufzug aufzugs oder oder nee wo geht es da hin also also da geht es ja genau zum anderen tttt wer ist das jetzt transporter das heißt transporter ja ich sage immer aufzug dazu egal dann geht es halt dorthin Ich erwarte schon zwei Räume, dass da wieder alle respawnen... Moment kurz, ich muss kurz noch schauen. Ah ja, okay, perfekt. So, okay. Okay, so, da wieder zwei Missiles. Voll verschwenderisch irgendwie, aber egal. Kriegen wir irgendwann wieder zurück hier. So, wie kommen wir jetzt da durch? Da, irgendwo müssen wir mal einen Weg gehen einander. Ich gehe einfach mal da, da sind wir noch nicht gegangen, deswegen... So, hier hoch, immer der Nase nach. Ja... Ah! Und zack! So, warte, jetzt... Irgendwie müssen wir da rüber, da können wir noch rüber hüpfen. So weit ist, dass ich jetzt beurteilen kann. Und zack! Warte, start! Okay, na, damit beschäftigen wir uns jetzt noch nichts. So, kommen wir da... Wie, so! Passt, wir sind auf der richtigen Spur. Ja... Ja... Und das jo... Aha... Ja, nichts dabei. Okay, alles cool, so. Passt. Und wir sind da. Da, wo wir hin hätten müssen, zum Fragezeichen. Da geht's nämlich zu dritt zu dem nördlichen Teil der Eiswüste von Pendrana. Dann, jo, schauen wir mal, was das so Besonderes gibt. Ach, lange Aufzugfahrt machen wir nicht immer so sprachlos. Äh, jo... Die Eiswüste von Pendrana. Ich hoffe mal, das spricht man so aus. So, ups. Uff. Uff. Ah... So. Okay. Ja, willkommen in der Eiswüste, Mann, in Pendrana. So, was machen wir hier? Wir sind jetzt vom heißen ins kalte übergangen. Äh... Bin ich dran? Ist ja, äh... Blablabla. Okay, was machen wir hier? Uns mal umsehen, würde ich sagen. Äh... So, da neue Viecher. Kann ich die schon scannen von hier aus? Ja. Da zieht nämlich so Zapffüßer. Und gibt's sonst noch was? Oder... Daweil nicht. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal hin. Da den Weg entlang. Die können wir wahrscheinlich ein bisschen fertig machen. Ich hoffe mal ein. So können wir die nicht... Ja. Wenn wir treffen würden. So, was das hier... Das ist zu. Steht doch vielleicht, wie wir es aufmachen könnten. Äh... Irgendwo in der Nähe des Eisufers befinden. Äh... Ah, da ist es auch ein Ding. Viecher? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? So da. Oh man. Oh man. Wie ist man das kennen? Wer malt? Oh man. Komm schon. Ich erwisch dich. So da. Da. Wie cool. Das ist nämlich ein Tarnsegler. Okay. So irgendwo in der Nähe. Was ist das? Da. Gitter ist in Folge der Widerung spröde geworden. Starke Anrichtung von Ration gemessen. Ration? Was war dort nochmal? Äh... So. Ne. Und dort? Ja. Dort war dort. So. Gut. Dann können wir es hier scannen. Die oberhalb liegende Tür wurde entriegelt. Dankeschön. So. Na. Ah ja. Wir kommen jetzt nochmal rauf. Ähm... Indem wir... Äh... Da. Da hinten weggehen. So war das. Ja. Ähm... Na. Kumpel was geht auf. Hey! Tut mir nicht dann... Warum tut mir immer jeder weh? Da war sie in der Schule, war das auch schon so. So. Ah. Neue Dinge. Blitzbomber. Aber... Wenn wir es anvisieren, wird es ganz ganz böse auf uns und versucht herzukommen. Tja. Das können wir leider nicht kaputt machen, soweit ich weiss. Noch nicht. Okay. Hm. Okay. So. Neue Viecher. Oh nein. Oh nein. Das äh... Junge S-Gigant. Junge S-Gigant. Äh. Oh nein. Kann man uns irgendwie vorbeischleichen? Verdammt. Ja, okay. Dann müssen wir den wohl... Hier besiegt... Ach so, ja genau. Das war dort mit dem Rücken. So. Seinen Rücken müssen wir erwischen. Oh nein. Nein. Da ist nicht genug. Machen wir direkt hier zwei. Mit doppelten Spaß hier. Ah ja. Die Gegend einfach als ich dachte. So. Einfach zwei. Charge-Beams da verrückt. Ein paar Schüsse. Und schon sind die verwundet. Weil mir ein Panzer geknackt hat. Naja. Hatte ich alle welcher kehren. Vielleicht nenne ich so den Part, wenn es mir einfällt. Da steht halt irgendein Charakter. So. Okay. Ja, ja. Rechts. Aha. Ah, da rauf müssen wir. Oh, okay. Von da aus. Wie kommen wir da drüber? Ähm. Gute Frage. Jetzt zuerst einmal. Wo geht's denn da rauf? Da geht's ja drüber, ne? So. Da wieder über die kapute Brücke hüpfen. Okay. Da machen wir mal die Zeige gut hier. Das schaffe ich. Das schaffe ich, Leute. Huiiii. So. Okay. Ging nicht besonders schwer. Was ist, wenn ich da in das Haus reinhüpfe? Da gibt's glaube ich. Einen feuchten Schausträger, sogar nix. So. Okay. Aber Pukis nicht für Wissens oder sowas. Nein. Gar nichts. Gut. Aha. Na komm raus. So. So geht's natürlich auch. Okay. Da weg. Weg. Nein. Mach ich denen keinen Schaden, so? Hallo. Was machen jetzt so viele Dinge von denen hier auf einmal? Da geht's alle weg. Erst nicht immer hüpfen, wenn ich schiess. so jetzt aber man ja da geht es aber je weiter ja da oben ja nicht runter ja wer es da jetzt runter geüpft hast du hättest du wieder was anhören können oh mann wie macht man die noch mal kaputt keine ahnung ich lasse jetzt einfach mal so wo 00 hp leute habt ihr dort schon mal gesehen so wartet mal kurz so okay perfekt ja die wir jetzt noch machen okay so was geht ab hier oder eine machen wir machen ist so oder doch alle 2 whatever so ist es 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 ist schön rücklein so so So, und das war's für den Part, Leute. Jo, ich hoffe, er hat euch gefallen und ich würde mich verabschieden. Bis dann, Leute. Tschö.